So, willkommen zurück zum nächsten Parts, Silent Hill 4. Wir befinden uns hier immer noch in diesem Albtraum, in einem Wald. Oh, und die Hunde pürschen sich hier langsam immer näher. Jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen bewegen. Nicht, dass die uns hier noch anmachen jetzt. Immer schön leise sein, immer schön leise sein. Was haben wir denn hier? Silent Hill Smile Support Society Wish House. Das ist das Waisenhaus, das von diesem Kult geführt wurde. Interessant, wir gehen mal rein. Silent Hill Smile Support Society Wish House. Ja, das hatten wir ja gerade, ne? Ja, das ist es also. Das Waisenhaus. Das sieht ja ganz schön gruselig hier aus. Also, ich möchte ja meine Kindheit hier nicht verbracht haben, oder? Auch wenn hier ein paar hübsche Verzierungen an der Wand sind. Was ist das denn hier? Spider-Man? Das soll bestimmt Belle sein. Aber das erinnert mich irgendwie. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Spider-Man. Auch wenn das so mit einem Karo versehen ist, wie dem auch sei. Da haben wir mal eine Tür. Ansonsten ist hier eigentlich erstmal nix. Da ist nochmal ein Schild. Ein Stein mit Waisenhaus und Stein mit roter Schrift. Den wir sowieso nicht lesen können. Noch so eine verdammte Tür. Ich glaube, ich möchte erstmal hier rein. Mensch, Henry. Hast du was getrunken, oder was? Können wir das vielleicht lesen? Ich kann's nicht entziffern. Och, Henry. Ist doch dein Traum. Und das Verschlossel. Nochmal. Gucken wir nochmal schnell hier. Okay. Da haben wir auch eine Tür. Ja, die nehmen wir jetzt auch mal als erstes. Gehen hier jetzt mal durch. Da steht schon wieder was. Hier steht etwas Seltsames. Ja. Oh, fetter Blutfleck am Boden. Wir horchen kurz. Ich kann nix hören. Ich glaube, wir können uns hier ein bisschen schneller bewegen. Da heult wieder was. Aber es sieht leer aus. Können wir hier durchrennen. Nix passiert. Super, ja? Oh, immer diese komischen Affenschreie. Wer bist du denn? Du bist ja ganz schön gruselig, ey. Schwebst hier einmal so durch die Gegend mit deiner Latzhose. Ist hier wahrscheinlich alles dreckig gemacht. Oh, verdammt. Ja, die haben halt immer so eine blöde Aura. Die uns nach und nach Schaden zufügt. Es ist dunkel. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Also im Brunnen ist jetzt eigentlich auch nicht so interessant. Können wir da mal reingehen? Ne, gucken wir mal hier. Huch. Wer bist denn du? Hey, little boy. What are you doing here? You're... Finally the third revelation. Something's gonna happen. That nosy guy that was here, he said it too. Something big is gonna happen. Finally it's gonna happen. Man, das ist der verjunked. Wo will der denn hin? Hat doch bestimmt was mit dem Waisenhaus zu tun. Der kleine Rotzbengel. Was hat er sich denn da schönes aufgebaut? Nichts. Nichts. Hier sind überall Grabsteine, so direkt neben dem Waisenhaus. Natürlich auch nicht schlecht, ne? Kann man jetzt spekulieren, warum ein Waisenhaus ein Friedhof braucht. Ich glaub, da liegen... Ich glaub, da liegt irgendwas. Wollen wir gar nicht wissen. Oder doch? Doch, komm, wir gucken mal. Ja, sind irgendwelche Gliedmaßen. Pfui. Und da liegen welche oben drauf. Da wollen wir auch nicht gucken. Können wir eh nicht lesen. Das Loch ist mit einem Maschentrautzeilen versperrt. Sie ist von innen verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Schade. Ja, mehr entdecke ich hier jetzt nicht. Ich glaub, wir mussten den Jungen halt finden. Da haben wir ein offenes Grab. Auf dem Boden des Sarges stehen die Zahlen 1, 1, 1, 2, 1. Boah, das ist das Grab für unser nächstes Opfer. Glaube ich. Hoffentlich sind das nicht wir. Hoffentlich ist das nicht unser Grab. Dann gehen wir mal zurück. Da ist der Onkel Harry. Wollen wir dem mal eine geben? Ich glaub, ich will dem mal eine geben. Guck mal her. Oh, ba! Ja, damit hast du ja nicht gerechnet, ne? Ja. Schon so ein bisschen unspektakulär. Sieht zwar schon gruselig aus, aber irgendwie Irgendwie dann doch nicht. Joa, dann geht's hier also zurück. Und Gehen wir mal auf der anderen Seite gucken. Ach, servus. Was machst denn du hier? Grüß dich. Rätst du nicht mit mir? Das habe ich auch schon mitbekommen. Das Nosegut G-g-gave me Something really good. Okay. Ich C-could Let you Have it, but But not for free. I'm Really Thirsty. I'm So, so Thirsty. Durstig. Oh, Schokolade. Oh, Schokolade. Schokolade. Durstig. Schokolade. Na? Macht's da klick? Ich glaube schon. Ich glaube, wir bringen dir mal die Schokolade. Dazu gehen wir zurück ins Apartment. Moment. So. Hoffentlich ist die nicht schon verdorben. Wir haben die ja aus dem Kühlschrank rausgeholt. So. Was ist das? Es klingelt. Tatsächlich. Es klingelt. Eileen. Hilf mir! Hilf! Let me out of here! Genau, Henry. Klopf mal. Ich glaube, es ist etwas passiert in dieser Runde. Was ist das? Was heißt? Ich habe gehört, dass ein falsches Geräusch kam von inside. Hilf! Hey, Richard. Kannst du sehen was von deinem Fenster? Nein. Alles sieht normalerweise normal für mich. Der Mann, der hier wohnt. Was ist er denn? Was ist er denn? Ich weiß, dass er sein Name und Gesicht ist, aber das ist es. Na, ich werde den Super nennen. Ja, gute Idee. Verdammt, sie können mich nicht hören. Aileen ist ein bisschen lahm oder die ist nicht nach Hause gegangen. Zumindest sehen wir da nichts. Und wir können hier nochmal rausgucken. Ich kann das Fenster nicht öffnen, bis vor ein paar Tagen war das kein Problem. Das wollten wir nicht machen. Ich habe es mir gedacht, der Richard hatte ja so ein blaues Hemd angehabt. Ich weiß nicht, falls ihr euch erinnert. Blaues Hemd und ich glaube ein roter Schlips. Und ja, ich glaube der wohnt hier gegenüber von uns. Der feiert immer noch ab, ganz allein. Der spielt wahrscheinlich hier irgendwas. Playstation Move oder sowas. Was waren die zwei dann da? Seht ihr das? Ja, die toben wahrscheinlich einfach nur rum. Denke ich mir mal, oder? So, die Mutti da unten setzt sich hin. Jetzt guckt sie mal wieder raus. Hat auch nichts besseres zu tun, als hier in diesen dreckigen Hof zu gucken. Ja. Der Krankenwagen ist auch wieder weg. Zünder ist wahrscheinlich schon begraben. Ja, viel mehr kann ich jetzt hier auch wieder entschauen. Was sagt der Radiosender? Er sagt nichts. Ja. Schade eigentlich, ne? Ja, dann würde ich sagen, speichern wir jetzt nochmal. Haben wir hier schon ein bisschen was geschafft jetzt. Und das können wir ruhig mal abspeichern. Und dann gehen wir mal zurück. Ich glaube, ich nehme den Schokodrink bevor ich speichere, oder? Ich glaube, das ist gut. So, zack, zack. Und... Wie komme ich denn jetzt da? So. 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 Und so. Und... Ach egal. Ich glaube, ich muss jetzt hier schon wieder beenden. Ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt. Darum sehen wir uns dann wieder im nächsten Part. Ich hoffe, es war spaßig. Ciao, ciao. Euer Lenkstar. Euer Lenkstar.